Hey Leute, die Hotfix-Informationen haben wir uns ja gerade schon angeschaut. Ich hatte ein Video dazu hochgeladen und dort haben wir auch gesehen, dass wir für die neuen Gegenstände in dem Spendenautomaten abstimmen können. Das war ja dieser Schockwellengenerator plus natürlich dieser mobile Rift, den ihr da finden könnt. Wir sollten uns für eine Sache entscheiden und der Gegenstand, der bei 100% landet, kommt ins Game. Jetzt habe ich aber den Schockwellengenerator schon bei Stealthy gefunden. Ich habe euch das hier mal ins Video geparkt. Das Ding ist also jetzt schon ingame. Ihr findet es in der Truhe und könnt schon damit an den Start gehen. Ob das nur ein Bug ist oder ob sie den wieder rausnehmen, weiß ich nicht. Aber für euch die Information, das Ding ist schon ingame, der mobile Rift auch schon. Also insofern, ich würde sagen, holt euch das Teil und ganz viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal.